Herzlich Willkommen zum zweiten Slopcast zur Fernleihe, wie bestelle ich Zeitschriftenartikel aus anderen Bibliotheken. Wie bereits in unserem ersten Video erwähnt, können Sie über die Fernleihe-Medien bestellen, die nicht in der Slop Dresden oder an einer anderen öffentlich zugänglichen Bibliothek in Dresden vorhanden sind. In diesem Video beschäftigen wir uns speziell mit der Bestellung von Kopien, das heißt von Artikeln aus Zeitschriften. Sollten Sie unseren ersten Clip zur Fernleihe noch nicht gesehen haben, empfehlen wir Ihnen, diesen vorab zu schauen. Dort werden die Grundlagen der Fernleihe am Beispiel von Büchern erläutert. Wir beginnen nun mit der Suche im Rechercheportal BSZ. Zuerst sollte nach dem gewünschten Titel gesucht werden. Dabei ist zu beachten, dass bei Artikelbestellungen immer nach dem übergeordneten Werk gesucht wird, in welchem der Artikel enthalten ist. Das übergeordnete Werk ist der Titel und die Ausgabe der Zeitschrift, in der sich der Artikel befindet. In diesem Fall wurde mit der ISSN gesucht, das ist am einfachsten. Sie können aber natürlich auch einen Titel oder Titelstichworte eingeben. In der Trefferliste sehen Sie verschiedene Symbole, die für verschiedene Medienarten stehen. Das ist das Symbol für die Druckausgabe der Zeitschrift, welches gleichzeitig für das übergeordnete Werk steht. Die Ausleihe einer kompletten Zeitschrift ist in der Regel nicht über die Fernleihe möglich. Hier sollten Sie immer den benötigten Artikel angeben, den Sie dann als Kopie erhalten und behalten können. Das ist das Symbol für elektronische Zeitschriften. Artikel aus elektronischen Zeitschriften sowie elektronische Zeitschriften selbst sind nicht über die Fernleihe bestellbar. Bei Zeitschriften, die es sowohl als Druckausgabe als auch als Online-Ressource gibt, kann es passieren, dass am Treffer folgende Anzeige steht. An dieser Stelle können Sie nur das freie Fernleihe-Formular zur Bestellung verwenden. Schauen wir uns nun ein Beispiel für eine Kopienbestellung mal genauer an. Zuerst müssen Sie den Treffer der Zeitschrift, in der er gewünschte Artikel enthalten ist, anklicken. Wenn es sich dabei um einen Treffer aus dem SWB-Verbund handelt, bekommen Sie unter dem Reiter Bibliotheken auch gleich wieder den Hinweis auf den Bestand in der SLUB. So können Sie sich versichern, dass der Titel wirklich nicht bei uns vorhanden ist. Bei Treffern aus anderen Bibliotheksverbünden, wie zum Beispiel dem GBV oder dem KOBV, sollten Sie den Zeitschriftentitel noch einmal direkt in unserem SLUB-Katalog suchen. Wenn Sie diesen Artikel nun bestellen wollen, weil sich die übergeordnete Zeitschrift nicht im Bestand der SLUB befindet, klicken Sie auf den Per-Fernleihe-Bestellen-Button, nachdem Sie sich mit Ihren SLUB-Zugangsdaten eingeloggt haben. Nun öffnet sich das Bestellformular, in diesem Fall das für Kopienbestellung. Die Daten zum übergeordneten Werk sind schon eingetragen, die Angaben zum Artikel werden händisch ergänzt. Dann wählen Sie noch die gewünschte Zweigstelle, in der Sie die Kopien abholen möchten, bestätigen den privaten Gebrauch und senden die Bestellung ab. An dieser Stelle möchten wir Sie auf ein weiteres, wichtiges Symbol hinweisen, welches Ihnen in der Trefferliste angezeigt werden kann. Dieses Symbol steht für einen einzelnen Aufsatz oder einen Zeitschriftenartikel. Prinzipiell ist es zwar möglich, diese Aufsätze direkt zu bestellen, wenn man sie in dieser Form im Rechercheportal findet, aber die Bestellung kommt in der Regel als nicht lieferbar zurück. Daher ist es besser, den Artikel über den Zeitschriftentitel, also das übergeordnete Werk, in dem der Artikel erschienen ist, zu bestellen. Dazu klicken Sie zuerst den Treffer für den Artikel an. In diesem Fall ist das übergeordnete Werk unsere bereits recherchierte Zeitschrift Zeitzeichen Evangelische Kommentare zur Religion und Gesellschaft. In dieser Zeitschrift befindet sich also demzufolge der Artikel mit dem Titel Kunst des Smalltalks. Das übergeordnete Werk ist hier in der Regel verlinkt und kann direkt angeklickt werden. Und somit sind wir wieder am Ausgangspunkt von unserem vorherigen Beispiel zur Kopienbestellung. Ab hier können Sie so fortfahren, wie wir es dort bereits gezeigt haben. Zusammenfassend heißt das, es ist immer besser, den Artikel über die übergeordnete Zeitschrift zu bestellen, anstatt gleich über den Artikel selbst zu gehen. Sollten Sie also einen Treffer für Ihren gesuchten Artikel erhalten, suchen Sie besser trotzdem nach der übergeordneten Zeitschrift, in der der Artikel enthalten ist. Und zu guter Letzt noch zwei Tipps für Sie. Ein Treffer für einen Aufsatz bzw. Artikel kann trotzdem hilfreich sein. Falls Sie im BSZ einen Treffer für Ihren gesuchten Artikel finden, können Sie die für das Bestellformular benötigten Angaben gleich daraus entnehmen. Dort finden Sie Informationen zu Jahr, Heftnummer und Jahrgang der Zeitschrift, in der sich der Artikel befindet, sowie zum Autor, Titel und zur Seitenzahl des Artikels. Und nun noch ein zweiter und letzter Tipp für Sie. Solche Links können Sie bei einer Fernleihbestellung leider nicht verwenden, da diese nicht Bestandteil der Katalogeinträge im Rechercheportal sind. Auch hier gilt, den Zeitschriftentitel suchen, bestellen und Artikelangaben im Formular ergänzen. Nun sind wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank für Ihr Interesse und dass Sie sich das Tutorial angeschaut haben. Wir hoffen, wir konnten Ihnen damit weiterhelfen und würden uns über Ihr Feedback freuen.